Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Borussia Mönchengladbach, Entgibnis 2, Thema Borussia Mönchengladbach, Bundesliga 2022-2023, 14. Spieltag, Haufe Alborum gegen Borussia Mönchengladbach, Entgibnis 2 zu 1. Startelf von Haufe Alborum, Reimann, Krampoa, Lambrapoulos, Ores, Otris, Danilo, Soares, Losila, Stückeach, Söleach, Pöster, Antwi, Adi, Hoffmann, Das war's von Startelfern. Prost ja Mönchengladbach! Olschin, Wieseski, Charlie, Friedrich Elfedi, Winsa, Bani, Wickel, Kone, Hoffmann, Kramer, Plea, Turam, Das war's von VfL Borum gegen Borussia Mönchengladbach, 20UH8.